Ich kämpfe in Bern für diejenigen, die am Morgen aufstehen und arbeiten gehen oder für die Kinder schauen. Ich kämpfe für diejenigen in Bern, die eine freie und unabhängige Schweiz wollen. Ich kämpfe in Bern für diejenigen, die wollen, dass wir unsere Kinder in 50 Jahren auch noch ohne Kopfdruck rumlaufen können. Ich kämpfe für diejenigen, die dagegen sind, dass die Asylanten als reine Wirtschaftsmigranten unser System missbrauchen. Und ich kämpfe für diejenigen, die wollen, dass wir auch in 20 Jahren alles das sagen dürfen, was uns wichtig ist. Danke.